So Freunde, die nächste Ronaldo News und die wird glaube ich sehr viele Leute sehr freuen. Cristiano Ronaldo sagt Al Nasser ab. Ja, er wird nicht nach Saudi-Arabien wechseln. Die englischen Medien und auch die spanischen Medien hatten das ja eigentlich schon vermeldet. Aber Ronaldo sagt ab. Er sagt erstmal selbst, ob ich bei Al Nasser unterschrieben habe, nein, das ist nicht wahr. Weiter sagt Pedro Sepulveda, einer der, ja wie soll ich sagen, renommierteren portugiesischen Sportjournalisten. Er sagte, Ronaldo wird das ideale Projekt, um weiterhin auf höchstem Niveau zu spielen. Seine Priorität ist weiterhin ein Klub in der Champions League. Und er sagte, Ronaldo wird Al Nasser absagen oder hat schon abgesagt, sagt er sogar der Journalist aus Portugal. Okay, meine lieben Freunde, also wenn er recht hat, dann ja freut mich das natürlich sehr. Ich hoffe, wir werden ihn noch in der Champions League sehen. Wir werden gucken, welcher Klub ihn noch nimmt. Es wird spannend zu sehen sein. Also dieses ewige Ronaldo-Drama, es geht weiter. Es scheint so, als hätte Ronaldo, ja, den sauli-arabischen Verein erstmal abgelehnt. Aber mal gucken, Freunde, mal gucken eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.